In diesem Video zeige ich, wie man eine CO2 Laserröhre anschließt, verdrahtet und in Betrieb nimmt. Zum Anfang gleicht die obligatorische Warnung, Laserstrahlung mit derartigen Intensitäten und Hochspannung sind natürlich potenziell gefährlich. Ich werde euch zwar nicht vorschreiben, was ihr zu Hause machen könnt, aber gebt mir zumindest nicht die Schuld für Konsequenzen. Die hier verwendete Laserröhre hat eine optische Ausgangsleistung von 50 Watt und wurde freundlicherweise von Wevor gesponsert. Als erstes habe ich die elektrische Verbindung zu der Röhre selbst hergestellt. Eigentlich sollte es sich hierbei nur um ein einfaches Anlöten der Kabel handeln, doch das Anlöten selbst erwies sich als ein bisschen komplizierter als erwartet. Die Identifizierung der richtigen Anschlüsse ist bei einer Laserröhre praktischerweise sehr einfach, da diese eine gemeinsame Ein- und Ausgangsseite besitzt. Die Seite, an der also die Laserstrahlen austreten, ist gleichzeitig der Rückfluss für das Kühlwasser und der Rückfluss für den Strom, zumindest wenn man die technische Zeichenrichtung betrachtet, und nicht die tatsächliche Flussrichtung der Elektronen. Bei der Laseraustrittsseite handelt es sich also um den Minuspol, in diesem Fall auch Kathode genannt. Leider erwies sich der Anschlusskontakt an der Röhre als äußerst widerspenstig in Bezug aufs Anlöten, sodass nur ein festes Umwickeln des Pins und das Verwenden von viel Flussmittel überhaupt zu einer zufriedenstellenden Verbindung geführt hat. Dieses Problem könnte man natürlich durch das Verwenden eines geeigneten Steckers umgehen. Die Verwendung von Isolierlack ist an der Kathode natürlich völlig übertrieben, ist aber in jedem Fall auch nicht schädlich. Nachdem der Isolierlack getrocknet ist, wird die Verbindungsstelle mit etwas Schrumpfschlauch geschützt und zu guter Letzt mit einem kleinen Stück Silikonschlauch weiter mechanisch stabilisiert. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass dies definitiv zu viel Aufwand für den Minuspol ist. Die ganze Aktion habe ich jedoch quasi als Trockenübung für die Anode betrachtet. Auf der Anodenseite wird selbstverständlich ein vernünftiges Hochspannungskabel für bis zu 40 kV verwendet, aber ansonsten quasi genauso verfahren wie zuvor an der Kathode gezeigt. Wer es nicht ganz so eilig hat wie ich, sollte sich allerdings auf jeden Fall eine vernünftige Steckhülse für die Verbindung bestellen. Der hier verwendete Isolierlack hat eine Spannungsfestigkeit von 3 kV pro Mill und eine Durchbruchspannung von 5,5 kV pro Mill. Ein Mill hat hierbei ein tausendstel Zoll, also extrem klein, sodass nur wenige Schichten bereits ausreichen. Auch hier wird nach dem Trocknen des Isolierlacks die Verbindungsstelle wieder in ausreichend Schrumpfschlauchmaterial verpackt und dann mit einem etwas dickeren Silikonschlauch weiter mechanisch geschützt. Der Silikonschlauch ist zwar formell nicht unbedingt notwendig für den Betrieb der Röhre, birgt jedoch unangenehm Durchschlägen oder selbst Teilentladung durch mechanische Belastung und Beschädigung der Verbindungsstelle oder des Kabels effektiv vor. Um beim An- und Abklemmen der Röhre etwas flexibler zu sein, habe ich mich entschieden, das andere Ende der positiven Versorgungsspannung mit einem vernünftigen Hochspannungsstecker zu versehen. Sofern die Röhre fest in einem Laserschneider verbaut werden soll, kann selbstverständlich auf einen Stecker verzichtet werden und das Kabel direkt mit dem Hochspannungsnetzteil des Gerätes verbunden werden. Auf das verwendete Lasernetzteil gehe ich in diesem Video nicht besonders ein, da meine deutschen Zuschauer im Gegensatz zu den Zuschauern meines englischen Kanals den Vorteil haben, dass ich bereits das Video zum Hochspannungsnetzteil vor diesem Video veröffentlicht habe. Für erste Experimente mit der Laserröhre habe ich einige meiner Laborstative zweckentfremdet und die Röhre darin sicher befestigt. Um die Laserröhre nun in Betrieb zu nehmen, fehlt es lediglich an einem Kühlkreislauf. Bei der Durchflussrichtung des Kühlwassers kann man sich wieder an der Laseraustrittsrichtung orientieren. Die optische Ausgangsseite ist gleichzeitig der Ausgang des Kühlkreislaufs. Der Kühlwasserzulauf befindet sich folglich am Pluspol der Laserröhre. Sofern man kein Fan von Kalkablagerung in seiner Laserröhre ist, sollte man als Kühlwasser unbedingt destilliertes Wasser verwenden. Für einen Langzeitbetrieb muss das Kühlwasser auch auf alle Fälle mit einem geeigneten Wasserkühler gekühlt werden. Für meine einfachen, kurzzeitigen Experimente reicht die hohe Wärmekapazität des Wassers jedoch erstmal aus. Nachdem das Kühlwasser alle Luftblasen aus der Röhre erfolgreich verdrängt hat, kann der Laser nun in Betrieb genommen werden. Selbst kurze Laserimpulse reichen bei einer derart hohen Leistung aus, um sofort eine Flammenerscheinung von dem Holz hervorzurufen. Die wunderschöne violette Farbe in der Laserröhre selbst ist leider nur auf der Kamera derart deutlich sichtbar. Das liegt daran, dass eine Handykamera im Bereich um 1000 Nanometer deutlich empfindlicher ist als das menschliche Auge. Obwohl es sich hier um Infrarotlicht handelt, ist zumindest etwas violettes Leuchten im Dunkeln mit dem menschlichen Auge erkennbar. Bei dem Stichwort menschliches Auge möchte ich nochmal dringend darauf hinweisen, dass bei Arbeiten mit derartig hohen Leistungsdichten auf jeden Fall eine geeignete Laserschutzbrille getragen werden muss. Aus Neugier habe ich aus meiner Bastelkiste mit optischen Komponenten ein Kalium-Titanyl-Phosphat-Kristall hervorgekramt, der aufgrund seiner nicht-linearen optischen Eigenschaften zumindest theoretisch in der Lage sein sollte, das Infrarotlicht bei rund 1060 Nanometern in grünes Licht bei einer Wellenlänge von 530 Nanometern zu verwandeln. Dies erwies sich jedoch als eine sehr teure Spontanidee. Selbstverständlich hat die Zerstörung meines KTP-Kristalls mich nicht sauer gemacht und ich habe keinesfalls ungesunde Gewohnheiten genutzt, um darüber hinweg zu kommen. Als nächstes habe ich mir aus meiner Kiste mit optischen Spielzeugen eine für CO2-Laser geeignete Meniskuslinse und eine passende optische Halterung gesucht. Praktischerweise passt der dazugehörige optische Pfosten genau in die Halteklemm meiner Laborstative. Die Wirkung des nun fokussierten Laserstrahls auf die Holzplatte ist deutlich stärker als zuvor. Obwohl ich meine traumatische Erfahrung mit dem Kalium-Titanyl-Phosphat-Kristall noch nicht ganz überwunden hatte, habe ich noch selbst gezüchtete Kalium-Dihydrogen-Phosphat-Kristalle ausprobiert. Diese weisen ebenso nicht-lineare optische Eigenschaften auf und sind theoretisch in der Lage, die Frequenz des Infrarot-Lasers in den grünen Bereich zu verdoppeln. Nope! Dieser Versuch war zwar ebenso erfolglos wie mit dem KTP-Kristall, war aber immerhin nicht ganz so teuer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, bitte liken, abonnieren und kommentieren, um den YouTube-Algorithmus ein wenig anzustupsen und bis zum nächsten Mal!